Ansagepark der Linie 4, Linienlauf, Schlebusch, Mühlheim, Bahnhof Deutz, Neumarkt, Ehrenfeld, Bickendorf. Viel Spaß! Nächster Halt, Schlebusch. Nächster Halt, Odenthaler Straße. Nächster Halt, Leuchter Straße. Umstiegsmöglichkeit zu den Buslinien, 154, 155, und 157. Nächster Halt, Amemberg. Nächster Halt, im Weidenbruch. Nächster Halt, Mühlheim, Berliner Straße. Umstiegsmöglichkeit zu den Buslinien, 151, 152, und 153. Nächster Halt, Fonspar Straße. Umstiegsmöglichkeit zu den Buslinien, 151, und 152. Nächster Halt, Kolbstraße. Umstiegsmöglichkeit zu den Buslinien, 151, 152, und 153. Nächster Halt, Mühlheim, Wiener Platz. Umstiegsmöglichkeit zu den Stadtbahnlinien, 13, und 18, sowie zu den Buslinien, 151, 152, 153, und 159. Ausstieg, links. Nächster Halt, Grünstraße. Ausstieg, links. Nächster Halt, Stegerwaldsiedlung. Umstiegsmöglichkeit zu der Stadtbahnlinie, 3. Nächster Halt, Kölnmesse. Ausstieg, links. Nächster Halt, Bahnhof Deutz, Lanxys Arena. Umstiegsmöglichkeit zu den Stadtbahnlinien, 1, 3, und 9, zu den Buslinien, 150, 153, 156, und 188, sowie zum S-Bahn, Regionalbahn, und Fernverkehr. Nächster Halt, Suevenstraße. Nächster Halt, Severinstraße. Umstiegsmöglichkeit zu der Stadtbahnlinie, 3, sowie zu den Buslinien, 132, und 133. Nächster Halt, Poststraße. Umstiegsmöglichkeit zu den Stadtbahnlinien, 3, 16, und 18. Nächster Halt, Neumarkt. Umstiegsmöglichkeit zu den Stadtbahnlinien, 1, 3, 7, 9, 16, und 18, sowie zu den Buslinien, 136, und 146. Nächster Halt, Appellhof Platz. Umstiegsmöglichkeit zu den Stadtbahnlinien, 3, 5, 16, und 18. Nächster Halt, Friesenplatz. Umstiegsmöglichkeit zu den Stadtbahnlinien, 3, 5, 12, und 15. Nächster Halt, Hansböcklerplatz, Bahnhof, West. Umstiegsmöglichkeit zu den Stadtbahnlinien, 3, und 5, sowie zum Regionalverkehr. Nächster Halt, Piusstraße. Ausstieg, links. Nächster Halt, Körnerstraße. Ausstieg, links. Nächster Halt, Fenloreestraße, Gürtel. Umstiegsmöglichkeit zu den Stadtbahnlinien, 3, und 13, zu den Buslinien, 141, 142, und 143, sowie zum S-Bahn, und Regionalverkehr. Nächster Halt, Leihendeckorstraße. Ausstieg, links. Nächster Halt, Äußere Kanalstraße. Ausstieg, links. Nächster Halt, Akazienweg. Ausstieg, links. Nächster Halt, Wolfsohnstraße. Ausstieg, links. Nächster Halt, Westfriedhof. Ausstieg, links. Nächster Halt, Bocklehemünd. Umstiegsmöglichkeit zu den Bus, Linien, 124, 126, 143, und 145. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten, dort auszusteigen. Vielen Dank. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020